Moin Moin, die Probemacher am Start. Heute mal ein bisschen was anderes. Heute zeige ich euch, wie ihr die Empfindlichkeit wieder auf die alten Einstellungen zurücksetzen könnt. Das habe ich heute schon ein paar Leuten gezeigt. Ich habe mich echt überrascht, dass das noch nicht so viele wissen. Aber das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach in die Empfindlichkeit-Einstellungen reingehen und dann ganz runter. Ihr müsst hier im oberen Teil erstmal die Empfindlichkeit verwenden. Die ist aber normalerweise automatisch drinnen. Dann geht ihr einfach ganz runter. Das ist an, das passt. Und dann hier die Legacy-Empfindlichkeit müsst ihr nutzen. Danach funktioniert das wieder. Einfach anwenden drücken und geht schon. Dann funktioniert es. Kleine Frage noch so nebenbei. Die Leute, die Inscope21 kennen, können die mir sagen, ob der so auf Epic oder PSN heißt? Yyt-Crench. Da wollte mich heute, glaube ich, einer abziehen. Im Vorwand, dass er das sei. Echt nicht nett so Sachen, wenn es nicht der Echte war. Und wenn es der Echte war, komisch. Will Geld für einen Push? Naja, tschüss.